Widerfucking Haunt, Haunt Unfallfreie Zeit, was, was, was? Ah, okay, es gibt ne... Unfallfreie Zeit zu fahren Treten Sie bei verschiedenen Events gegen Ihre Freunde an Besuch Aha Cool! Man kann also gegen Freunde so kleine Dinger machen Kann man hacken, aber erst Schlägerlos werden Ich will das Motorrad Ich will das Motorrad Ey, Leute! Ich will das Motorrad Gebt mir das gesamte Motorrad Wir können alle Freunde bleiben Aber ich will das Motorrad Weg! Weg! Na will einer in die Müll... rein ich nehme so ein motorrad definitiv ich nehme mir so ein motorrad falsche positionen okay das ist eine null ist drinnen ok ok Äh, 9, wollen wir hier mal 2, nö, hier 0, hier 2 und hier 7. 0 ist richtig, 2 und 7 machen nicht. Es muss 2 hier sein, 7 könnte hier sein. Und das ist keine 9, das müsste eine 8 sein. Och, fuck. Ah, 0, 1, 2, 3. Mhm, gut. Äh, 4, 1, 0, 2. 2 ist richtig, 0, 1, äh, 5. Okay, das heißt dann, 1 sind 6. Komm schon, 7, komm schon. Äh, 0, 1, 2, 3. Okay, 0 ist richtig. Das heißt dann, 4, 5, 6. 4 ist richtig. 5, 7, 8, äh, 9. So einfach wär's, wenn man's könnte. Da nennen sie den Lieferanten mir der Ausnahme in ihrem Haus, in ihrem sicheren Haus, okay. Gut, aber, äh, kann ich das irgendwie wegwerfen oder so? Das heißt dann, 3, 2, 3. Das heißt dann, 3, 4, 5, 6. Das heißt dann, 4, 5, 6. Das heißt dann, 4, 5, 6. Das heißt dann, 4, 5, 6. Seid nicht so ängstlich, verdammt. Das ist ein Blinke-Schreien und ein Massage. Hm, ne Massage. Hey Baby, du schaust ein bisschen Stemme? Hm 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 hm? Okay, ich kann ein bisschen Stress-Relief nutzen. Hehe. Das ist ja interessant, ey. Ja, lauf mal gegen die Wand. Hehehe. Oh, mein Gott. Hahaha, interessant. So, geh's umondert schrein? Jaa, blow pra два. Und dann wollte ich mir so ein Motorrad mitnehmen. Aber ich nehme das dort. Einfach nur weil es blau ist. So, und wenn das jetzt nicht schnell geht. Okay, 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 okay. Ich komme mal gar nicht klar. Es geht sehr schnell. Es ist ziemlich wendig, was relativ merkwürdig ist. Denn es hat doch ein schweres, großes Motorrad. Und... Woah! Sagen wir mal aus Erfahrung, weil sich das schwere Motorräder nicht so wendig sind, ich erinnere. Aber okay. Die Musik ist auch ein bisschen lau, ne? Erstmal ins Parkhaus. Geht das da so? Nö. Wie kann ich das ins Parkhaus reinstellen? Hast du hier eine Karte? Äh... Hallo. Ich möchte gerne mein Fahrzeug abstellen. Nein, geht das nicht? Okay. Das heißt, ich kann hier immer wieder, immer wieder die abholen, die ich schon bis jetzt habe, aber keine neuen reinbringen. Das heißt, ich muss sie mir kaufen. Was ich jetzt aber schauen wollte, ist die Steuerung. 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 Noch nie gebraucht. Fahrbefehle. Kann ich da bitte? Beschleunigen, Hengs, Handbremse, Schießen, Freizielen, Rangieren, Rammen, Steuerung, Aha, Hupe umsehen, Kapern, Aha, Aha. Zurück gehen. Nach vorne beugen. Interessant. Dass da nicht alles geht. So. Weg. Ich komme nach Hause. Ich glaube, ich bin kein Krimineller. Ihr seid Kriminelle. So, wir machen die Kamera. Central North Point. Triadenaktivität. Muss ich da Triadenaktivität hin? Das ist es. Und dann schauen wir uns doch mal um. Auf dieser Kamera. Ist das der Lieferant? Das wirkt sehr, als wäre es der Lieferant. Das wirkt sehr, als wäre es der Lieferant. Puzzle bei dir als Suspekt. Hey, verhaftet ihn. Brav. Freut mich. Ich finde das geil. Wir haben sie. Wir haben sie. Okay. So, neuer Bericht. Okay. Und dann... Kontakt, Tang. Das ist der Weg. Fangshan ist unten. Popstar wird auf einen anderen Supplier. Ich denke, wir wollen das in Bezug auf. Ich glaube. Wenn ich ihn nahe, ich brauche, ich brauche einen guten Entwurf. Kannst du deine Leute etwas hervorrufen? Okay. Bleib mich informiert. Got it. Cool. Ich steige jetzt eine Stufe auf. Ja. Tab Upgrades. Oh. Verfügbare Punkte 1. Nach unten ist also. Slim Jim brechen sie mit einem. Slim Jim Autos auf ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. Nö. Okay. Schnell entwaffnen. Weil ich keine Schusswaffen drehe. Kampflos entwaffnen. Zeitlupen. Folterangriff. Okay. Actionausstieg. Okay. Kapern. Erhöhter Rammschaden. Erhöhter Fokus. Rückstoßkompensator. Überdruck. Überdruck Munition. Polizeikofferumschlüsse. Schwierig. 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 Ich würde mal am ehesten. Ich gehe mal auf Schlau. Autos klauen. Ich habe keine Ahnung. Nahkampf. Ansehen. Ansehen. Was ist das? Feinkaufst und Getränk. Egal. So. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ansehen. Unser Moped-Motorrad. Was ist? Amanda. Machen wir mal gleich bei Amanda's. Was auch immer. Gesundheit schreien. Haben wir schon. Whatever. Du bist Amanda. Ah. Entschuldigung. Du sprich Englisch? Ah. Ich denke so. Ich habe genug zu gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Du? Ja. 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 Ich spreche Englisch. Ich habe keine Ahnung. Was kann ich für dich? Ich bin für dieses Ort. Old Temple Academy. Ich dachte, es war hier. Es ist supposed zu sein, eine Kung-Fu-School. Aber ich bin völlig verloren. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich denke, ich weiß. Es ist nicht zu weit. Ich kann dir einen Weg. Ich kann dir einen Weg. Es ist einfacher. und erkläre, wo es ist. Ah. Okay. Ja. Das wäre wirklich großartig. Mein Name ist Amanda. Oder Amy. Einer ist gut. Oh. Schön, dich Amy. Ich bin weg. Ich bin einer guten Weg. Was bringen you can Hong Kong? Are you thinking of becoming Chinese? Hahaha. No. No. Ich hab gerade in ha Caesarisseln. Ich mache eine Menge mit Zufall, und ich habe vielleicht ein wenig mitATIONается können. Ich finde, was ich mit meinen Leben beschäftigt. Ich habe eine Menge mit Zufall. Wie geht's das? Ich habe nur ein paar Begegnet Reise. Also habe ich noch eine Menge Zeit zurückgehebende, also habe ich einheit von Leben geteckt. Ich habe aber fach. Aber ich kenne Hongkong noch für ein paar Mal. Also das ist die BAMBAM Club? Nachher ich habe ein Restaurant gesehen, Das war ein bisschen wie das. Ich werde die Leute hören, dass du das sagst. Aber ich bin nach Hongkong für ein paar Mal. Was für dich? Du hast es alles gemerkt? Ich würde nicht sagen, das. Ich habe ein paar familye Probleme, ich arbeite auf. Und vielleicht, als das ist es, ich werde nachdenken. Oh, ja? Du hast nichts anderes? Der Trick zu Hongkong ist, zu leben mit der ancient China-Wisdom. Sehen beide Seiten vor der Straße, immer knacken die Seatbelte, und nur die Make-up und die Red Lights. Nichts? Wow. Das ist ein ziemlich cooles Ort für eine Kung-Fu-School. Unfortunately, die Schule ist nicht in der Tempel. Well, nicht in der Tempel, auf jeden Fall. Didn't diese Tempel nicht benutzen als Backdrop für... Was war es? Fists of Carnage? Nein, es war für die Grandfathers der Shaolin Fists. Nicht если du zu Text und Ford und Fists. Oh, ja, da geht was... So was... Da geht sowas wie... Oh... Was immer ich jetzt dagegen gefahren bin. Ich hab keine Ahnung. So. Wo immer ich jetzt dagegen gefahren bin. Hier geht's. Komm schon. Schalt mal, Junge. Was ist hier? Kann ich helfen? Ja, ich möchte ein paar Kung-Fu-klassen. Ich habe über die Schule in meine Guidebook. Ah, die Guidebook. Ja, es sagt, dass du eine Stile mit einem langen. Aber es ist auch immer sehr effektiv. Du willst, okay? Und du? Du hast du auch über die Garten in ein Buch? Well, ich... Wait. Ich weiß dich. Ja, Sie, Fuqua. Ich war dein Studium. Ich bin Wei. Wei-Shen. Ah, ja. Der, der in Amerika kam. Also, du hast diese Frau zurückgebracht. Du bist sehr gut. Jetzt ist es Zeit, um die Frau in Kung-Fu-klassen zu tun. Na, dann probiere ich das mal aus. Wie gut du bist in Kung-Fu. Ich bin ehrlich mit ihm. Ich bin frei. Du bist ein Hund. Ich bin ein Hund. Untertitelung des ZDF, 2020